Hey Conny, wie machst du das, dass du immer auf die letzte Serverseite kommen kannst, um leere Server zu finden? Ganz einfach, ich habe eine Browser-Erweiterung installiert, die heißt Better Roblox. Um auch Better Roblox zu bekommen, müsst ihr hier oben im Chrome Web Store BT Roblox eingeben. Sucht danach, findet hier Better Roblox, drückt dann hier oben auf hinzufügen. Ich habe schon hinzugefügt, deswegen kann ich es nicht nochmal hinzufügen. Wenn ihr Firefox benutzt, müsst ihr in den Firefox Erweiterung Store gehen und bei allen anderen Chromium Base Browsern müsst ihr auch auf Erweiterung verwalten und in den Chrome Web Store gehen. Wenn ihr dann Better Roblox habt, dann wird euch das oben in der Leiste angezeigt. Ich kann dann, wenn ich auf Roblox bin, in die Einstellungen von Better Roblox gehen. Ich kann hier das Theme auswählen, kann alle Features aktivieren oder deaktivieren, kann sogar Robux Preisumrechner auswählen, wie ich es auch immer haben möchte. Ich kann zum Beispiel auch das hier machen, so. Ich kann alles modifizieren, wie ich es haben will und vor allem jetzt Serverlist Pager. Wenn das an ist, kann ich schließen, lade die Seite neu und kann dann bei jedem Spiel bei der Serverliste nach ganz unten scrollen und habe hier unten die Anzeige, auf welcher Seite ich mich befinde und kann dann zum Beispiel 1770 eingeben und komme dann zu den Servern, auf denen nur ein Spieler drauf ist.